Bunzlauer Keramik, ein Werkstoff in jahrhundertealter Tradition mit hohem handwerklichen Anspruch. Die Kannegießers aus Neukirch in der Oberlausitz verstehen sich blendend auf die Verarbeitung dieses edlen Materials seit inzwischen 185 Jahren. Der Meisterbetrieb fertigt original Bunzlauer Keramikwaren in sorgfältiger Handarbeit und mit bewundernswerter Fantasie. So entstehen hochwertige Keramikprodukte, die nicht nur backofenfest und mikrowellenfest sind, sondern auch höchsten ästhetischen Kriterien entsprechen. Natürlich werden in Handarbeit auch ganz spezielle Kundenwünsche berücksichtigt. Seit 2005 zählt auch das allseits bekannte Traditionshaus Landhauskeramik Heise am Berliner Hohenzollern Damm zum Unternehmen. Ein weltweites Netz von Vertragspartnern sorgt dafür, dass kein Teil der Erde auf die Produkte aus dem Hause Kannegießer verzichten muss. Überzeugen Sie sich von der einzigartigen Qualität der Keramikwaren und der beeindruckenden Produktpalette der Heise- und Kannegießer Keramiken.